Jo, und wir kommen zurück bei Hunter! Das ist MEIN HUHN! Warum treffen wir nicht hier drüben rum? Fuck! Du bist höhnlich drüben! Ist dir etwa langweilig... Achso! Hast du die Wand hier schon weggemacht? Ich glaub, die ist auch schon mal schwer gespürt. Die hat... ne, ne, die hat wieder irgendwas anderes kaputtgemer. Der Drache oder was anderes kaputtgemer. Gra- genau dann als ich... Da muss ich noch ein bisschen gucken... Gucken muss man hier... Dann noch ein bisschen gucken... Oh! Oh! Hast du den Körper befreit? Nein! Beziehungsweise! Oh, ja! Wenn der mir meine Knochen bringt, bin ich frei! Okay! Halt mir! Sucht meine Knochen! Dann tue ich alles, um euch zu helfen! Hattest du mir nicht mal so ein Horrorspiel erzählt, wo man diesmal, wenn man so ein Knochen findet, man gehasst wird? Scheiße! Oh, ich hab einen! Das Gerübe haben wir schon mal! Diesen ganzer Körper will halt die nicht einfach haben, oder will doch nicht einfach einen anderen anwarten, ne? Ey, das ist mal einer! Die hat mich gesehen! Manu! Ach, die glänzen sogar! Das ist ja irgendwie ein bisschen terrorisch hier! Ja! So ist doch ganz nett gemacht! Sie müssen mir nicht ewig rumsuchen! Sind jetzt alle hier? So? Weiß nicht, also das wär ganz... von Vorteil, oder? Mhm! Ähm... Der Typ da, um euch noch was zu sagen? Ne, der hatte nur so sinnlose Sachen wahr! Ja, hier sieht tot aus... Was? Also, sonst liegt hier ja nichts... Hm... Oh, doch! Die glänzen nicht so dolle! Einen brauchen wir noch! Können wir die einfach auch von einem anderen tun? Ah, hier, ich hab'n... Ja? Hm... Sehr schön! Hab' ich denn noch was hinverlust? Mach' dir auf den letzten... Einmal, Anni, einmal! Ja, ich fühle, wie ich davon gleite! Okay, auf der anderen Seite! Herrlich! Nur noch eine, bitte! Huch! Ich bin runtergefallen, oder so! Ich bin wohl eine Flamme zu meiner Liebsten! Auf der anderen Seite! Jawohl! Das ist die andere Seite, eigentlich! Ja! Oh! Guck' immer, da! Das hier kriegen wir nicht! Ach, alles klar! Da unten! Du suchst doch nur nach einem Grund dafür! Ne! Was? Komm' mal hier hin, wo ich stehe! Kannst du wahrscheinlich besser treffen! Oh Gott, ich komm' da überhaupt nicht hin! Grad! Oh! Hä? Was? Wachst du da irgendwie durch die Bühne? Okay, oder? Probier's von der anderen Seite! Nach unten, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich hinschiehen soll! Hier runter! Runter! Oh Gott! Alter, ja! Seine Liebste auf der anderen Seite! Wo sind die? Ach da! Alles klar! Jetzt! Mensch! Hey! Jetzt! Oh! Schön! Verzeihung! Das ist nice! Das ist sehr nett! Weißt du, und ansonsten mussten wir so erst 5.000 Typen besiegen und so 5.000 Reeds machen, um so einen so'n... ...so'n mystisches Schwer zu bekommen, oder so, was denn so für Kacke ist, oder so, bestimmt! So, was ist das jetzt hier? Ich werd' meinen Stern erstmal behalten! Mittelhaut! Übelst stark, aber ich glaub' meinen Sternenschuss behalte ich! Obwohl ich nicht mit dem schieße! Das ist total sinnlos, irgendwie! Ah, jetzt hab' ich nämlich den anderen ausgerüstet! Ah, okay! Ich verstehe! Oh! Danke, dass ihr uns befreit habt! Mein Mann war ein grausamer Hexenmeister, der die Macht liebte, aber nicht mich! Als er erfuhr, dass ich seinen Lehrling liebte, sperrte er uns beide hier ein! In ewiger Qual! Mein Mann hat seinen Schatz hinter seinem schwarzen Herzen verborgen! Schaut dort nach! Ihr werdet ihn finden! Mein Dank gilt euch! Okay! Hast du zugehört? Ja! Unter seinem schwarzen Herzen! Ja, die Dinger hier, oder was? Achso! Ach nee, was? Nicht ganz! Was hat sie gesagt? Hinter seinem schwarzen Herzen hat er was auch immer vom... Ich weiß nur, dass die Dinger hier überall sind! Diese Schilde, oder wie? Ja! Die sehe ich ständig! Hm! Wieso ständig? Ja gut, da ist eins! Aber ich denk mal eher, wir müssen irgendwas kaputt machen! Oder werden wir einfach unten drunter durch, oder? Einfach mal durch, oder? Ich denke mal, wenn, dann wird das hier irgendwo sein! Geh mal weg hier! Verzeihung! Da sind im schwarzen Herzen! Ich geh nochmal unten angucken! Ich geh nochmal zu der Frau und hör nochmal zu! Ähm, Hust! Also hast du doch nicht ganz zugehört! Nein! Geh mal weg! Danke, dass ihr uns befreit habt! Also teilweise unter anderem so! Mein Mann war ein grausamer Hexenmeister, der die Macht liebte, aber nicht mich! Als er erfuhr, dass ich seinen Lehrling liebte, sperrte er uns beide hier ein! In ewiger Qual! Mein Mann hat seinen Schatz hinter seinem schwarzen Herzen verborgen! Schaut dort nach! Ihr werdet ihn finden! Weg! Oh Gott! Gut gemacht, Annie! Gut gemacht! Ja, hier unten! Hier ist nichts! Hinter seinem schwarzen Herzen? Mhm! Hier brennt er ja auch! Ja, das ist der Lehrling! In den sie sich verliebt hat! Hä? Nein! Das war doch seine Frau, die wir helfen sollten! Doch! Seine Liebe! Oder seine Liebte! Ach so, echt? Zu meiner Lieben auf der anderen Seite! Das ist der Lehrling! Okay! Der Hexmeister hat die hier ja beide! Ja! Dann gehen wir auf die andere Seite, würde ich sagen! So! Gehen wir einfach mal nur! Hoffen, dass es da weiter geht! Ansonsten ja, Pech für euch! Pech für uns, ja! Oder? Hm! Oder doch die Dinger hier! Ja, aber ich wüsste nicht, wie wir da hinkommen sollten! Selbst wenn... Ich kann die auch nicht irgendwie mit dem Feuer hier irgendwie andingsen! Dann lass einfach durchgehen! Vielleicht gibt's auf der anderen Seite noch irgendwo irgendwas! Hm! Hoffen wir erstmal! Oh! Ich meine, warum sollte er da sein, wo die Lehrlinge... also wo der Lehrling und... Wo er die halt eingesperrt hat, ne? Das hier sieht eher so aus wie seine Stube oder sowas! Hier liegen ein paar Bücher rum! Ja, okay, komm! Bestimmt müssen wir dafür wirklich wieder kämpfen! Oh! Mhm! Mhm! In der Tat! Machst du's gut! Ich warte hier! Oh Gott! Ähm! Ja, gut! Alles zurück! Ach, dann sicht ich immer nicht! Ist erledigt! Keine Ahnung, halt. Keine Ahnung! Hier ist was zum Direktheilen! Alter! Wann wo schießen wir denn?! Hier wird immer auch angezeigt, dass der volles Leben hat oder so! Hier ist noch ein Heiltrank! Ich würde ganz gerne nehmen! Hui! Hm, Moment! Da sollen wir... Hier kann man noch was anzünden! Oder? Nee, kann man nicht! Echt? Nein! Das war so ein Kamin gewesen, tut mir leid! Vor allem, wo kam die her? Hier ist nichts! Ich hör die die ganze Zeit! Ich will das Herz! Oh! Der wird bestimmt eins, oder? Das dunkle Herz! Ich will dein Herz erobern an! Ist das nicht romantisch? Ach, dann da hinten! Oh Gott, ich muss erst mal einer sehen hier im Fahrzeug! Ich lauf hier mal einfach lang! Okay! Was? Der beste Freund eines Mädchens! Runtergefallen! Los! Hat es sein, dass wir runter sollen? Ich will nicht! Ich will nicht! Es ist so dunkel! Okay, ich soll... ich soll zu dir runter! Hier I am! Hä? Wo bist denn du? Weiter runter noch? So, wo bist du? Ich bin irgendwo ins Loch gefallen und komme nicht mehr raus! Wie jetzt? Ih! Hier jetzt ins Loch gefallen und kommst nicht mehr raus! Na, da war so ne Truhe, da hab ich mir die Truhe geholt, dann war ich zurück und dann war da so ein Loch! Sehr gut, Anni! Ich seh hier auch grad nichts weiter, also irgendwie... Da bist du! Mein strahlender Ritter! Na, tschüss! Wo bist du denn? Ich steh hier immer noch irgendwo rum! Vielleicht wirst du jetzt automatisch hierher teleportiert! Ich hoffe es sehr! Ich hoffe es auch! Oh ja! Da bin ich! Okay, das Auge ist down! Oh, bin ich jetzt etwas! Sehr gut! Neben mir auch scheiße! Okay! Okay, der eine ist weg! Na gut! So! Tot? Hilf mir doch! Wo denn? Ich hoffe, der war nicht da drin! Oh! Schon da so ne Magierin hier! Der kommt was auf uns zu! Der kommt was auf uns zu! Sieh nur, dass ich sehe! Scheiße, ey! Fucke! Woah! Hold it, Lady! Hold it! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Fuck, Alter! Was ist denn ungünstig? Ich verpiss dich vor allem auch immer! Ich verpiss dich vor allem auch immer! Oh! Ich verpiss dich vor allem auch immer! Könntest du bitte auf die Late-Cat? Ich hab's doch gesagt! Oh nein! Ich hab die Dinger schon wieder alle gemacht! Sehr gut! Oh! Oh Gott! Ich... Ich kämpfe mit Virtus! Ich kämpfe mit Virtus! Was ist das gerade? Oh Gott! Der sich gerade regeneriert irgendwie! Bitte helf mir! Wie soll ich dir denn helfen? Warum helf die mir nicht? Warum helf die mir nicht? Also... Warum war der immer noch da? Bitte helf mir! Bitte helf mir! Der ganzartig und helf mir! Boah, der verpisst sich immer! Direkt davorstehen! Ist nicht gut! Ah! Gott! Ich hab auch nichts mehr zum Heilen gerade! Gut! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Oh! Hat sie doch mich abgesichert? Ja! Toll schlimm! Aber ich mach ihr... Oh! Ich muss die ganze Zeit wieder spielen! Und sie will nicht! Sie ist eifersüchtig auf dich! Ich glaub wir haben's geschafft! Oh! Oh! Manna! Mein Gold, mein Gold, mein Gold, mein Gold! Das ist meins! Mit dem Gold so viel willst, solange ich Manna haben es alle gemacht! Ja, wir... Oh! Ihr wurde geholfen! Das ist schön! Warum holen sie mich nicht auf? Sie haben alles! Warum müssen wir... Wie lange haben wir eigentlich noch? Acht Minuten! Sag mal, warum fragst du immer? Acht Minuten? Ja. Okay. Gut. Also war das sehr... Oh! Dem da helfen! Nein! Nur! Ich wollte auch mal! Mögen alle Götter und Engel im Himmel Lobrede über euch singen! Hm. Ging jetzt hier gut weiter, oder was? Wo denn lang? Jetzt soll ich einfach mal den Knüppel fragen? Hä, warum macht der grad nicht? Ja, macht er halt nicht, deswegen frage ich... Oh, warte! Hier! Hier! Hätte ich jetzt auch gesagt! Ja! Ja, ja, ja! Du hast die Tür natürlich auch gesehen! Glaub ich dir doch! Aufs Wort! Whatsapp! 31 Nachrichten! Was machen die da?! Was? Männer... Achso, wir haben jetzt leider das schwarze Herz nicht gefunden, aber ich denke, das ist okay. Hm. Ey, kannst du das... Achso. Achso, nee, ist kein Krug, den man kaputt machen kann. Ja, leider. Schwarzes Herz, was auch immer. Vielleicht waren doch die Schilder irgendwie gemeint, aber ich wüsste auch nicht, was man damit hätte machen sollen. Hm. Abnehmen, dahinter gucken eventuell, aber das können wir hier nicht tun. Das ist nicht gut aus, Ellara. Zerstörung überall und kein Zeichen der Bürger. Der hat sich grad... Ich steh im Holz. Ich steh grad am Holz dran. Das ist schön. Versprich mir nur, dass du sie nicht verpumpelst, wenn wir sie finden. Oh. Wir werden sehen. Ja... Kann man einzeln, glaub ich, oder? Varga gegen Minotaurus? Schnell, sonst bringen die Hunde das Rindvieh um, bevor ich es tue. Hä? Du lässt das erst mal machen. Ja, ich versteck mich immer. Aber das hat voll viel Leben, ich glaub wir sollten noch ein bisschen draufsetschen. Oh, der ist von mir gestorben. Perfekt. Ja, kann sein. Das ist nicht mal Lack, Alter. Oh, da hinten war noch was zu explodieren gewesen. Liegt der da hinten noch? Ja. Ich glaub schon. Kein luck, ich glaube das Katapult hat uns den Weg freigeschossen. Yay, ein Huch auf das Katapult! Wie immer, ne? Wir wären auch noch Bomben gewesen. Ja, ich weiß, das hab ich auch schon gesehen. Also, von beiden... Lass du mich grade erschrecken, ey. Ich glaub, ich geh mal kurz nach oben gucken. Da war ja gar nichts drin. Gott, das war jetzt traurig. Oh, mein Spinnenreißzahn! Mein episch aussehendes Schwert ist wieder da. Ich seh' dich von hier oben! Was machst du da oben? Ungefälligst drunter hier. Au! Alter! So wirst du mal unter mich herumlaufen. Immer, immer, Adi, einfach immer! Es ist schrecklich mit dir! Hä? Hier, komm! Komm hier hoch, komm! Komm einfach hoch! Irgendwie ging's da grad nicht hoch! Irgendwie, ne, irgendwie nicht. Keine Lust, nein. Trink uns hier wirklich rein, Adi. Ist schon in Ordnung. Wie! Wie! Das ist wieder so'n großes... Naja. Ich will, ich will, ich will! Ah! Ich bin zuerst da! Ah! Hm. War genug. Oh! Oh! Ja, ich wusste was. Der Hör deja gard捒st ein牠. Gut! Ich muss die Mutter Ober Southern warnen Ich war am Kloster, Ich hab ja für die Gel Kelvin gebietet. Aber plötzlich habe ich etwas bericht gezeigt. Einen Schatten... Eine Präsenz... Was wieder am näige Horus. Fack. FACK! Hoohohohohohohohohd Suthers hock dies wurde. Geschafft! 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 Sie riechen schon übel genug, bevor sie gebraten werden! Das ist gut, das ist gut. Ich will doch das Geld haben! Da ist grad grad nicht... oder? Ne, warst du das? Ne, doch da ist noch jemand gekommen. Ja, schießt ja mal. Ich seh'n Pfeil fliegen, ja, aber... Gott! Ernsthaft? Ich will den Köder, los, mach! Irgendwie treffen die trotzdem immer nur mich. Oh, ich hab keinen starken Dings mehr, Kacke. Gut. Ich mach mich gar nicht hin. Ich hatte keinen Nahkampf. Ich glaub ich wär das doch tun. Oh, machst du eine Ballista? Hä, die rennen irgendwo weg. Ich kümmere mich schon darum. Hier ist noch ein anderer größer Typ, der hier gefährlich wird, hier. Ja, geil. So, jetzt will ich endlich dieses Scheiß-Gelden, Mensch. Oh, Kacke, ich brauch Leben. Ja, ja, ja. Leben. Heile mich. Bitte, beeile mich. Ja, ich brauche die Anzeige mal ewig nicht. Oh, um, voll Kacke. Das ist schön, das Geld hier. Das ist nicht schön. Das ist schon wieder einer. Oh, Kacke. Das ist krass, ich wollte. Oha. Verdammt. Warte, was? Ich konnte hier gerade festhalten irgendwas. Ja, ich kann hier auch. Siehst du das auch, was ich sehe? Ich dachte, die wären ausgestorben. Oh, oh. Ich weiß nicht, ich glaub es war Uga oder so. Könnte Spaß machen, einen von denen zu erleben. Attack on Titans! Wenn wir's schaffen, dass er nach vorne fällt, können wir eine ganze Armee erledigen. Klar. Und was machen wir, wenn er nach hinten fällt? Dann rennen wir. Moin. Moins. Hey, ich kann noch jemanden schreien hören. Mhm. Was ist da los? Ich hab auch. So wie immer. Alles klar. Also eigentlich so wie immer. Ja. Huch, was? Was hast du... Was hast du gemacht? Ich hab mir auch was angeguckt und auf einmal so... Und dann... Und dann war ich hier mit dir und dann... Ja, weil ich da reingegangen bin. Was hast du hier reingeguckt? Im Gemälde? Ja. Weiter. Manno. Manno. Wenn du immer so lange brauchst, was soll ich machen? Das ist nicht die Gegend ein bisschen. Ach, komm. Grafik wird überbewertet hier. Oh, guck mal, da unten Flügel. Öh. Was? Flügel? Flügel. Wie von einem Drachen. Ah. Kommt nicht mehr. Da lehnt noch nicht ne Flügel. Da ist ein ganzer Drachen. So ein nebter Typ daneben. Eine... Eine ungewollte Lücke im Spiel, oder? Was ist das hier? Ja, egal halt. Das ist ne schöne Gasse oder so. Ah, ich brauch mal demnästen einen Bogen oder so. Ah. Oh. Oh, hau die Kiste! Ich wollte das Huhn. Hier versteckt sich der König von Lea. Halt! Wer... war da? Ich kann euch nicht durchlassen, Leute! Ihr könnt da nicht rein. Was ist das Huhn? Das Huhn? Das Huhn? Was ist das Huhn? Ich hätte mal Fügel von dem Bischof. Mal gucken, wie ein Bischof. Da schieb ich mal. Zerquetsch, sag ich mal. Treppen hinauf. Übers Aquädukt. Dort ist er... ...sagt ihm... ...sagt ihm, ich diene ihm... ...treu. Die sieben Götter mögen dich segnen und die Göttin dich warm halten. Na komm, alter Mann. Weiter geht's. Okay, dann will ich jetzt auch das Huhn haben. Okay, doch, ist eigentlich für das Weiche, kann das sein? Oh yeah, beim ersten Schuss. Was sagt ihr dazu? Hab ich's drauf oder hab ich's drauf? Du wirst es nicht drauf. Danke. Das wollte ich ja. Ich hör mir nach dem Toten hier. Hm. Nach dem Toten Sohn. Das ist nicht fair. Ich dürfte nicht hier sein. Ich meine, wo immer hier ist, ich bin tot, richtig? Fühlt sich aber an, als wäre ich nirgends. Ich hätte nicht sterben dürfen. Mein Feuerzauber hat die Varga erledigt. Die Minotauren, selbst einen Orgas. Ich hielt mich für unbesiegbar. Aber dieser Dämon, der hat meine stärksten Feuerangriffe ertragen und dann... Tja, hier bin ich. Nirgends. Die anderen meinten, Blitze wären die Zukunft. Aber das war auch so gut funktioniert. Vielleicht hätte ich auf sie hören sollen. Gott sei Dank. Ich habe hier einen Blitzzauber. Und ich würde sagen... Was? 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 Cut. 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 Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.